Ich hier am rumschreien bin. Schrei nicht rum, Mensch, andere Leute schlafen schon. Nö. Wie nö? Die Leute brauchen auch ihre Ruhe. Was ist das? Brauchen wir das Essen? Ich dachte, sie haben ein Tiefregal bei Lust und Pause. Bei Lust und Pause. Ja. Gibt es da irgendwo im Tiefregal? Muss man erst auftauen? Dauert... Naja. Schnack nicht! Was ist das? Warum? Wie die mich hier gerade verfolgen, wenn ich hier in der Luft hänge und am Baum bin. Die lieben dich. Missficher. Die wollen dich nur. Glaubst du erst mal graben, graben, graben. Hm. Ja, bisher habe ich keine Dias gefunden, aber worauf willst du doch? Jo. Creeper verpiss dich. Warum? Kann man mit Bananen... Oh, mit Bananen kann man Bananen-Split machen. Oh, Bananen-Nussbrot. Ja, scheiß Skelettschissen, Creeper haben wir noch in meine Richtung. Bananen-Müllschenk. Oh, Bananen-Smoothie. Oh. Naja, so ruhig. Bananen-Smoothie. Bananen-Joghurt. Sei doch mal ruhig jetzt. Warum? Weil du nervst. Bekommst du Hunger? Nein. Kann ich ja weiterreden. Boah, jetzt, weißt du, Zettos, weißt du, das ist jetzt richtig geil, wer? Halt die Fresse. Käse-Pommes. Guck mir auch. Käse-Pommes war jetzt eh, der Burner. Guck mir auch. Jetzt kommt noch eine Spinne. Wollt ihr mich verarschen, ihr Messviecher? Ja. Jetzt hab ich aber auch kein Schwert mehr. Jetzt bin ich gleich tot. Das sag ich doch. Dretzvieh. Jetzt jetzt noch Zisch machen sollen. Dein Kopf muss Zisch machen. Warum immer in meinem Kopf? Weil du dich so benimmst. Ja, muss mal Kopf Zisch machen. Der kann nichts dafür. Das Viecher heißt. Was ist das Messvieh? Weg. Jetzt ist es verschwunden, ist auch noch gestorben. Zack. Ja, ja. Ja, ich denk mir mal Arsch. Nee, danke. Ja, ja. Ich mein nicht. Ja, ja. Ich bin jetzt nicht der Pöterlecker. Klar. Kannst du das bei dir selber machen, ja. Pst. Oh, hallo Blava. Wir kennen uns ja auch noch gar nicht. Darf ich mich vorstellen? Oh, hier war... Oh, in dem Raum war ich schon. Boah, ey. Das Scheiß-Strix-Ding ist nicht kaputt. War ich schon. Ich bin jetzt verarschen. Geht doch. Wie wenn du zu schnell hochbaust, einfach mal in den Kabinablocken drin steckst. Na ja, schon. Muss erst abbauen. Wieder. Hm? Musst du sie wieder abbauen. So nervig. Nee. Kannst hochspringen. Du bist draußen. Gehst dann oben drauf. Weil du ja auch ein Cheater bist. Weswegen kannst du das? Du mir ja auch. Kackpatze. Was? Mein Gesicht ist poren rein. Kackpatze. Ich will nur überlegen auch nach oben zu kommen, oder? Ja. Ach ja. Keine Dias. 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 Mhm. Keine Dias. Keine Dias. Ja, manchmal ist so echt ENgrosann... Es ist echt geil eine Einfälle, ne? Ja, aber was welche. Geile? Behinderten. Ah verschieden. Na Gatsch. Bisschen auch Behindert. Nein. Du bist dann einfach auch Beleidigung, okay? Passt doch bei dir dann auch. Ich hab eth vielleicht auch Gefühle? Baust du die nicht? Na ist da ja klar, dass das jetzt kommt. Hm. Ja, wieso komm, wieso das denn, kommst du da drauf? Ja, weil du das immer sagst. Nein. Nein. Liegt doch nicht. Nö. Ach, nö. Toll. Toll, ich kann Holz mehr. Gute Nacht. Hä? Was denn? Genau, was ich gerade auch gemacht habe, gegähnt. Aufnehmen ist echt schon, echt schon so ein, ne? Hä? Wenn man aufnehmen kann das echt schon hart werden. Nein, wie kommst du da drauf? Ach so, man schläft vorher genug. Oh, ich dachte schon, es wäre... Komm doch mal drauf an. Ich kann mir... Wenn man meistens ein bisschen zu lange das gleiche macht, davon kommt das Zeit. Nö, das jetzt nicht. Ich würde doch 20 Stunden Minecraft durchspielen, hätte ich kein Problem mit. Nein, ich meinte, jetzt spielst du die ganze Zeit mein. Ach so, ja gut, das stimmt. Davon kommt das. Was ich daran, dass ich auch Eisen brauch. Wieder. Wir müssen ja auch immer die ganze Zeit weiterquatschen, deswegen. Ja, das kommt auch anders so. Ich finde es eigentlich so schneller Sauerstoffmangel, als wenn du die Klappe hältst. Was für ein komischer Vogel vielleicht doch ist. Doppel-Knockout hier. So, was haben wir jetzt hier? Das ist Redstone. Okay, dann haben wir so genuscht. Ja. Ja. Das ist ja nicht. Eisen. Eisen. Lapis, lapis, lapis. Keine Diaz. Sie hat bestimmt schon Diaz übersehen, werde dich drum. Stimmt. Sondern es ist ja bei der Lava immer, da finde ich eigentlich relativ schnell Diaz. Ah klar, lass mich kaputt gehen jetzt. Ich finde eigentlich immer relativ schnell bei der Lava was. Weißt du, was viel schlimmer ist? Wir müssen ja noch jetzt Nesser. Ja. Ach du Scheiße. Wir haben aber relativ oft, dass auch unter der Lava die Diaz sind. Hm. Deswegen, ich mach das gerne mal, dass ich die Zubau, wenn ich genug dabei hab. Ja, im Gravelvent. Aber bei dem PAX ist es auch schnell, also Eisen teilweise ist es sehr, sehr schlecht. Geht. Nee, ich muss manchmal über den Block gehen und gucken, ob es Eisen ist, hier geht. Ja, das siehst du eigentlich. Ja, rechts unten sehe ich das richtig, das stimmt. Ach, da oben kann ich nur weitergehen, oder? Da haben wir noch Holz. Du auf deinem Hals ist auch noch Holz, ne? Äh, dein Holzkopf, verdammt. Verdammt, du bist nicht lustig. Klar. Ich hab dir einen Lustigkeits-Reward gewonnen. Hm. Dann halt nicht. Oh, mein Puppes tut weh, muss ich kurz umsetzen. Ja, ja. Muss hier ja was rausziehen, dass du keine Puppe-Schmerzen mehr hast. Nee, nee, ich hab ja auf anderen Seite mich ja nicht gemütet. Nur bei dich damit ist. Du hast doch den Dildo-Stuhl. Dein Ernst. Ja, mein Ernst. Nur weil du da drauf stehst, kann ich da nichts für. Wart? Na, aber nicht. Hast du jetzt auf einmal, ne? Jetzt hat er wieder einen kleinen, ne? Ich hab den ja nicht. Jetzt hat er wieder einen kleinen Centos, ne? Den Stuhl. Den Stuhl hast du. Ja, das ist dein Hobby-Stuhl. Ja, ja. Da gehst du immer richtig ab. Sag doch, dass du den hast. Muss ich mir mal auf anderen. Der massiert mir über den Rücken, der macht mir meine Milchshakes. Meine braune Laune Milchshakes. Hm. Und du meinst deine Kotmilchshakes? Ja. Die echt lecker sind. Du bist so behindert. Wie warst du, wenn du so mit mir redest? Als ob ich das jetzt mal machen würde. Oh, it's so. Was ist die? Hä? Hey. Ich hab mehr, oh, it's so. Oh, it's so. Aha. Okay. It's so. Ähm. Ja. Natürlich ist das so ein kleiner Drecksbaum geworden. Ist klar. Wer machst du das denn auch? Dallum. Ach, Dallum. Hallo, Mann, jetzt ist meine Spitzsäcke kaputt gegangen. Ah, meine Axt, aber ich hab ja noch eine. Stimmt ja. P-E-C-H. So, ich werd jetzt hier noch den Schacht noch weitergraben. Wer mich auch gleich unten ausloggen hier. Und wenn man auf die Uhr schaut, dann sieht man gleich, dass man schon zwei Uhr hat. Woll ich nicht. Wir haben keine zwei Uhr. Ach, zwei. Zwei Stunden. Spinner. Ich bin schon ein bisschen verpeilt, okay? Bist immer verpeilt. Quatsch. Ich quatsch. Und zu mal. Ab und zu darf jeder Mensch mal ein bisschen verpeilt sein. Ich ein bisschen mehr und weniger. Das ist aber halt eine andere Sache, ne? So, überhaupt nicht. Nee. Hier wär das nicht erlaubt. Ach so. Hier wär das überhaupt nicht erlaubt. Na gut. Dann mach ich halt den Ruf des Waldes. Ist mir doch scheißegal. So. Ruf des Waldes. Ruf des Waldes. Hab noch mal nix gehört. Ja, warum auch. Wobei ich netterweise mich gemutet habe. Naja. So, ist jetzt hier bei der Lava Diamanten auch, ne? Hogwarts Post. Aha. Hogwarts Post gibt's. Bei Bäumen. Ja. Dann stehen so die Bäume einfach. Aha. Ach, ich glaub das ist, wenn du mit dem Fett, wie er mit dem Kompost gedüngst. Ja. Hier ist so ne Post aus. Post? Post hab ich nicht. So, was haben wir jetzt hier? Aha. Er ist auch noch mal zum. Wenn nicht. So, mein Aufnahme-Ding sagt, äh, zwei Stunden Zettos. Sagt er das? Ja, was sagt denn deiner dazu? 36 Minuten. Ich hab zwischendurch kurz gekallt. Ach stimmt, ja. Ja, dann müssen sie es ja passen, ne? Müsste ja. So, soll er nach oben kommen oder soll ich hierbleiben? Ich hab' mal nach oben. Als wäre sie den Weg nicht, ne? So. Na, es wird grad'n. Pär schon unterwegs. Tauert nur. Ja. So, zieht ihr den Weg hier lang? Kann ich das in der Zeit nochmal fertig machen? Ich soll eben ne Markierung haben für den Weg. Ich bin gleich da. Oh, dunkel. Sorry, doch. Coming! Oh, der wartet schon in der Hütte. Hä? Hi. Fuck. Fuck. Dankeschön. Ja, übertreib mal. Was denn? Alles gut. Übertreib doch gar nicht. Nein. Nein. So. Ich werde jetzt noch die Material wegpacken hier wieder. Dass ich das wieder nicht brauche. So. Ich bin soweit. Ja, bist du? Ja. Ja, gleich. Ja, weißt du, mach am besten noch den ganzen Rahmen, ne? Ich wollte den noch zu Ende machen. Ich wollte nur Holz. Ja, dennoch. Ist mir doch Latte. Nee. Doch. Nein. Immer müssen wir auf Zentus warten. Das ist eine große Frechheit. Jo, toll doch. Stell dich mal nicht so an. Tenor. Dann lass doch noch kurz fertig machen. Dann hau rein. Komm schon. Was denn? Schneller. Schneller. Mir auch. Schnell. Schneller. 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 Da ist es verkehrt. 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 schon verschandelt schon mein haus mit dem ding verschandelt schon mein haus mit dem ding jetzt muss ich das dach ein weiterziehen dankeschön du gar nicht warum machst du das jetzt so wieso nicht jetzt ist doch vorne schon machen können da wo die treppe ist klar dann klingst du das hier nachher aus aber scheiße ja die innere davor mann ja ich hatte damit ding ich komme jetzt nicht hoch ich würde ich würde ja hier ein dach drüber machen so diese kleine kuppel weißt du und die will ich einfach bis hinten durchziehen na gut machen wir später würde mir sagen bis zum nächsten mal bei live in the woods mit dem flash mit centus wieder runter versucht zu schmeißen also gar nichts okay